Sobald im Winter der erste Schnee fällt, sehnen sich viele Kinder und Erwachsenen nach einem Schlitten-Abenteuer. Mit einem guten Bob-Schlitten steht diesem Wunsch nichts mehr im Weg. Dabei gilt es, unter den zahlreichen Angeboten, das beste Modell zu finden. Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten Bob-Schlitten-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen! Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Der Rolly Toys Rolly Jetstar Schlitten hat uns und unsere Kinder begeistert. Die stabile Kunststoffschale verleiht dem Schlitten eine ausgezeichnete Robustheit und Langlebigkeit, sodass er problemlos auch wildere Abfahrten meistert. Besonders hervorzuheben ist der ergonomische Sitz, der ein gesundes und bequemes Sitzen ermöglicht. Die Kinder können sich somit voll und ganz auf den Spaß konzentrieren, ohne sich Gedanken um unangenehmes Sitzen machen zu müssen. Die beiden Metallbremsen sind ein weiteres Highlight dieses Schlittens. Sie lassen sich mühelos betätigen und sorgen für eine zuverlässige Kontrolle der Geschwindigkeit, was uns als Eltern ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit gibt. Ein durchdachtes Detail ist der Griff am Ende der Zugschnur, der speziell für Kinderhände konzipiert ist. So können die Kleinen den Schlitten leicht ziehen und lenken, ohne dabei überfordert zu sein. Auf Nummer 4 Der Alpen Gaudi Unisex Jugend Alpen Double Race Schlitten hat unsere Winterausflüge zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Das Gaudi Max für zwei Konzept mit Sitzplätzen für Pilot und Co-Pilot verspricht doppelten Spaß und Gemeinschaftsgefühl. Die integrierte Aufbewahrungsbox ist äußerst praktisch, um Handschuhe, Verpflegung und andere Kleinigkeiten griffbereit zu haben. Das beeindruckende Rennsportdesign begeistert nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Die extra aufgesetzten Fußstützen sorgen für einen sicheren Halt während der Fahrt, selbst bei schnellen Kurven. Das stabile Lenkgetriebe aus Stahl und die robuste Handbremse mit Stahlkrallen verleihen zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Der Alpen Double Race Schlitten ist aus hochwertigem HDPE gefertigt, was ihn auch bei tiefen Temperaturen elastisch und stabil bleiben lässt. Das ergonomische Dreispeichensportlenkrad rundet das Gesamtbild perfekt ab. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3 Der Hamax Snow Action Schlitten hat uns mit seinem trendigen Formel 1 Design und seiner hohen Robustheit absolut überzeugt. Als begeisterte Wintersportler waren wir auf der Suche nach einem Rodel, der sowohl Spaß als auch Sicherheit bietet, und der Hamax Schlitten erfüllt diese Anforderungen perfekt. Das Lenkrad in Verbindung mit dem stabilen Stahl-Kunststofflenkgetriebe ermöglicht präzises Steuern, was vor allem die jüngeren Fahrer begeistert. Die robuste Hart-Kunststoff-Handbremse mit Stahlkrallen verleiht zusätzliche Kontrolle und Sicherheit bei rasanten Abfahrten. Die Qualität des Schlittens ist wirklich beeindruckend. Er hält problemlos bis zu 100 kg Belastung aus, was sowohl Kindern als auch Erwachsenen die Freude an diesem Rodel ermöglicht. Ob auf Steinen hängen oder sanften Pisten, der Hamax Snow Action Schlitten zeigt herausragende Leistung und bereitet uns stets unvergessliche Wintermomente. Wenn Sie auf der Suche nach einem robusten und qualitativ hochwertigen Schlitten sind, ist dieser definitiv die richtige Wahl. Wir können ihn nur wärmstens empfehlen. Bei Nummer 2 Der KHW Lenkschlitten Snow Fox hat unsere Winterausflüge in ein aufregendes Abenteuer verwandelt. Hergestellt in Deutschland und in der Farbe Anthrazit, ist dieser Schlitten nicht nur robust und langlebig, sondern auch ein echter Hingucker auf der weißen Piste. Die Lenkung mit Lenkrad und die praktische Handbremse machen den Snow Fox zum idealen Spaßrodel für kleine Fahranfänger. Unsere Kinder waren begeistert von der Möglichkeit, die Richtung selbst zu bestimmen und die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Die breitflächige Pistenlage sorgt für eine sichere und stabile Fahrt, egal ob auf glattem Schnee oder in leicht hügeligem Gelände. Das verwendete Material Polyethylen verspricht Langlebigkeit und hält auch rauen Bedingungen stand. Wir sind beeindruckt von der Qualität und dem durchdachten Design dieses Lenkschlittens. Alles in allem können wir den KHW Lenkschlitten Snow Fox nur wärmstens empfehlen. Er hat unsere Wintererlebnisse auf ein neues Level gehoben und bereitet sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen unglaublich viel Freude. Ein toller Schlitten für unvergessliche Momente im Schnee. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Als begeisterter Wintersportler war ich auf der Suche nach einem hochwertigen und stilvollen Rodel, der meinen Abenteuern im Schnee eine extra Portion Spaß verleiht. Und ich muss sagen, der KHW Rodel Schnee Bob Bob Schlitten Snowbird Wix hat mich nicht enttäuscht. Mit seinem modernen Design und der leuchtend roten Farbe ist dieser Bob Schlitten ein wahrer Hingucker auf der Piste. Die Marke KHW steht für Qualität und das spürt man bereits beim ersten Einsatz. Mit einem Gewicht von nur 3,53 Pfund ist er leicht genug, um mühelos den Hang hinauf zu steigen und bietet dennoch die nötige Stabilität bei der rasanten Abfahrt. Besonders beeindruckend ist das breite Altersspektrum, das dieser Rodel abdeckt. Kinder und Erwachsene können gleichermaßen ihre Freude daran haben. Die robuste Konstruktion sorgt dafür, dass der Schnee Bob lange einsatzbereit bleibt, sodass wir noch viele Winter gemeinsam verbringen können. Abschließend kann ich sagen, dass der KHW Rodel Schnee Bob Bob Schlitten Snowbird Deluxe ein absolutes Must-Have für jeden Winterliebhaber ist. Er hat mich mit seinen Produktmerkmalen und seiner Performance vollkommen überzeugt. Klare Kaufempfehlung. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.